Oh, mit Animationen diesmal. Da hat es schon eine Entwicklung gegeben im Spiel. Jo. Aber ich erkenne schon gewisse Überschneidungen mit dem ersten Teil, muss ich sagen. Hm, geringfügig. Ah. Ah, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Auch dieses Leuchtgeschoss eben gerade da. Ja. Schon so ein bisschen was von Saw auch, oder? Ja. Ja. Irgendwie ist das gruselig. Sehr schön. Gehen Sie auf. Was ist das? Ein Wildschwein? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe was anderes gesehen als du. Oh, ja, klar. Eventuell. So. Okay. Das hat jetzt so ein bisschen was von Amnesia hier. Definitiv. Welche Tasse muss ich nochmal drücken, um zu sprinten? Shift. Shift. Oh, sch. Shift hier wieder. So. Ich bin quasi in so einer Gruft. Ich habe einen Sarkophag oder irgendwas vor mir. Da sind auf der einen Seite drei Runen. Tiefelchen, Knöpfchen, wie auch immer. Und rechts daneben ist ein roter Schalter. Ja, warte. Ich gucke mich gerade mal um, weil ich habe nämlich auch so ein Sarkophag-Ding. Und da von gegenüber ist eine Tür. Ja. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe da immer so kleine Einbuchtungen in der Wand. Äh, in der Wand. Ja, doch, in der Wand. Mit so Gitterstäben. Und da sind Runen drauf. Zum Beispiel eine Sanduhr, unser Kronleuchter. Also ich habe am Sarkophag drei Runen. Nämlich einmal ein Strichmännchen-Pyramid-Head beim Gewichteheben. Pyramid-Head beim... Ja. Dann ein S mit so ein paar Windstrichen. Moment. Und dann den Lolli an der Reckstange von vorhin. Aber ich sehe gerade, ich kann... Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ich kann das ja empfehlen. Ich habe ein Kombinationsschloss. Das ist ein Kombinationsschloss. Das heißt, ich muss hier die richtige Kombination eingeben und dann den Hebel ziehen. Das heißt, du musst mir die Kombination geben, vermute ich. Wo soll ich die herholen? Keine Ahnung. Irgendwo bei dir muss irgendwas sein. Hast du nicht gesagt, du hast Einbuchtungen mit Runen drin? Ja, fünf Stück. Ja, fünf Stück. Fünf Stück. Okay, also mein Hebel ist rot, falls dir das irgendwas bringt. Nein. Ganz sicher nicht? Wirklich nicht? Ah, bitte. Jetzt habe ich das kapiert. Okay. Äh, Quadratkopf mit Schleife, Arme ohne Beine. Quadratkopf mit Schleife. Warte. Ich könnte auch sagen, das Blumen mit nur zwei Blüten. In Eckig. Quadratkopf mit Schleife, also das Strichmännchenmädchen. Ja. Ja, das ist mein drittes Symbol. Also das ist, die Ruhle befindet sich nur auf meinem dritten Ding. Auf den anderen beiden nicht. Ich brauche die anderen beiden. Ich muss aber anfangen, weil da ist nämlich ein Sarkophag drin. So. Nee, da ist auch kein Sarkophag drin. Was ist denn der Sarkophag hier? Äh, Sanduhr. Sanduhr. Ja. Okay, wovon machst du das jetzt abhängig? Welche Symbole du mir gibst, nur zum Verständnis? Äh, in meinen Einwuchtungen liegen drei Sarkophage. Also ich habe fünf Einwuchtungen, nee, sechs Einwuchtungen und habe nur drei Sarkophage. Da, da, also... Ah, okay. Ja, 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 gut. Dann das dritte Symbol ist? Ich würde fast sagen, sie sind ein bisschen aus wie so ein Holzschreck. Also so ein Strichmännchen mit Armen, die nach oben geknickt sind und Beine, die quasi auch nach oben zeigen. Aber die sind nicht geknickt, die sind gerade. Quasi das Los Illuminados-Symbol aus Resident Evil 4. Ja, von hier aus auch das. Ein Strichmännchen, das auf dem Kopf liegt. Ohne Kopf. Der quasi, genau. Jackpot. Okay, bei mir hat ich eine Uhr, äh, Tür aufgemacht. Ja, bei mir auch. Ich komme in den nächsten Raum jetzt. Die Tür schließt sich hinter mir. Und die Musik ändert sich. Meine Tür schließt sich auch, meine Musik ändert sich auch. Ich habe... Ich habe vor mir ein Buch auf einem Altar, da steht, da steht ein Text drauf, aber ich gucke erst mal, was ich auch vorhabe. In der Mitte ist ein, äh, Pentagramm. Ne, das ist kein Pentagramm, das ist ein... Wie nennt man das denn, wenn es Achtzacken hat? Weiß ich nicht. Achtzackig auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen Wandteppich mit diversen Runen in einem Muster angeordnet. Einmal in Rot und einmal in Blau auf der anderen Seite. Warte, ich gucke, ob die gleichen Runen sind. Ich habe das auch. Es sind aber nicht die gleichen Runen. Es sind unterschiedliche Runen in den Symbolen. Das eine sieht aus wie ein Skorpion, das ist in Blau. Bei mir. Sieht aus wie ein Skorpion, in Blau. Ne, ich habe mehrere. Ich habe, äh, acht. Ne, ne. Neun, neun Runen. Oktagramm, dankeschön. Ich habe nur zwei. Ich habe, äh, ich habe zweimal neun Runen. Ihr habt nur Rot und Blau. Angeordnet in einmal drei Zeilen, einmal vier, äh, einmal drei, einmal vier, einmal zwei. Einmal in Rot und einmal in Blau jeweils. Dann habe ich halt dieses Oktagramm in der Mitte. Und das Buch auf dem Altar, das ich mir jetzt mal angucke. Das spannenderweise, obwohl wir Sprache Deutsch ausgewählt haben, in Englisch ist. Lieber B, ich, äh, war noch nie so glücklich in meinem Leben als zu dem Moment, als ich dich getroffen habe. Und ich fühle mich geehrt, äh, deine Liebe im Austausch zu erhalten. Ich wünschte, ich könnte für immer mit dir zusammen sein. Und das Versprechen deiner ewigen Liebe ist sehr aufregend. Aber das Opfer ist zu groß. Also ich übersetze hier on the fly, ne? Ich, äh, kann dich das nicht durchziehen lassen. Hm. Ich kann dich das, äh, starke, äh, ich kann dich dein starkes reines Herz nicht zerstören lassen. Ich hoffe, du verstehst die Dinge, die ich getan habe, um dich davon abzuhalten, einen großen Fehler zu machen. Ich möchte, dass du mich erinnerst, dass du dich an mich erinnerst, so wie ich war, in diesem, in dieser Sommernacht, in den Rosengärten. Ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass ich dich immer lieben werde. Und ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass ich immer mit dir sein werde, selbst, wenn ich nicht mehr auf dieser Erde verweile. Ich liebe dich für immer. Das ist der Text, der hier steht. Mhm. Darf ich auf Englisch vorlesen? Von mir aus? Und dann nicht übersetzen. Du musst das übersetzen dann. Von mir aus. Und dann habe ich hier unten, übrigens unten rechts, ist ein Teil der Seite ausgerissen. Mhm. Und ich sehe jeweils den Teil von zwei verschiedenen Symbolen. Eins ist ein Löwe oder sowas in der Art. Und das andere kann ich gerade nicht identifizieren. Könnte irgendeine Pflanze sein. Bin ich mir aber nicht sicher. So. Jetzt. Also. Ich habe einen kurzen Text. An dir, die. Von Bi. Aber auf der anderen Seite habe ich sechs Kerzen. Quasi mit mehr oder weniger römischen Ziffern. Also so Strichansammlungen. Okay. Also. Hier ist sie. My love for you burnt with the eternity of a thousand. Keiner sieht nicht in Ziffern. Your beauty shines as bright as the light of the stars. And as colorful as the roses in our garden. Love you forever be. Deine Schönheit glänzt so hell wie die Sterne. Und was war das andere? Irgendwas mit den Rosen im Garten. And as colorful as the roses in our garden. Okay. Was kannst du denn sonst noch machen? Was mit dem Buch? Gar nicht. Nee. So allgemein. In deinem Raum. Womit kannst du interagieren? Ich habe um das Oktagramm herum übrigens. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kerzen stehen. Mhm. Kannst du die verschieben? Ich kann nämlich sonst nichts weiter machen. Ich kann mit den Kerzen interagieren, ja. Ich kann die anzünden und wieder ausmachen. Okay. Haben die auch bei dir irgendwas drauf? Die Kerzen. Haben die irgendwas drauf? Nein. Die sind alle identisch. Gut. Bei meiner sind nämlich quasi nummeriert. Von eins bis sechs? Ja. Okay. Dann ist es wahrscheinlich die Reihenfolge, oder? Ja. Wie sind denn die angeordnet? In einem Kreis? Ja. Okay. Dann, ähm, eine ganz oben, eine ganz unten und rechts und links jeweils zwei in dem Kreis? Ja. Gut. Dann ist, äh, ganz oben ist die erste Kerze und dann rechts rum, also im Uhrzeigersinn, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann gibst du mir einfach mal durch die Nummerierung, die bei dir ist, weil das wird die Reihenfolge sein, in der ich die anzünden muss, würde ich vermuten. Also oben ist eins, hast du gesagt. Ja, ja, also für, für, für unsere, für unsere Durchsagen jetzt. Wenn, wenn, äh, äh, die erste Kerze bei dir römisch eins hat und die erste ist nicht anzünden soll, dann sagst du mir als erstes die erste. Und rechts daneben ist die zweite Kerze und dann, dass ich weiß, welche ich anzünden muss, weißt du? Also, vierte Kerze ist die römisch eins. Vierte Kerze ist die römisch eins, das ist die ganz unten, richtig? Genau. Okay, ist an. Äh, die zweite Kerze ist die zweit, also die zweite Kerze ist die römisch zwei. Ist an. Die dritte Kerze ist die eins, äh, die, die erste Kerze, die erste Kerze ist die drei, so rum. Ist an. Die sechste Kerze ist die vier. Ist an. Die dritte Kerze ist die fünf. Und die fünfte ist die sechs. Genau. Okay, jetzt sind auf meinen Wandteppichen, äh, Runen aufgetaucht. Also, die Runen waren schon da, aber da sind, da leuchten jetzt welche. Auf dem roten leuchtet ein Kreis mit einem X durch. Und auf dem blauen... Also, meine Runen auf den links leuchten auch, aber ich hab immer noch nur eins. Und auf dem blauen ist es ein, äh, ein Strich mit links und rechts so zwei Pindapils dran. Quasi so eine, so eine, so eine, äh, Horizontlinie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Keine Ahnung. Okay, können wir damit irgendwas anfangen? Ich kann nicht damit agieren. Ich hab auf blau immer noch den leuchtend blinkenden Skorpion. Und auf rot? Letztlich schwer beschreiben, Moment, ich muss mal rübergehen, um ich es mir genauer angucken kann. Auf rot würde ich fast sagen, das sieht ein bisschen aus wie so ein Krebs oder sowas, ist mir egal. Äh, ein Eurozeichen links, also nach, Eurozeichen nach links und rechts guckend. Und dann so zwei Arme mit, mit Punkten, die nach oben zeigen. Und du kannst da überhaupt nicht mit interagieren. Und du kannst da überhaupt nicht mit interagieren. Ich kann damit nicht interagieren, nein. Ich kann mit meinem nämlich auch nicht interagieren. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich, äh, ah ne, warte mal, doch. Warte mal, was war rot? Also, rot hat unten ein... Eurozeichen links und rechts, hast du gesagt, ne? Das kann ich nicht auswählen. Äh, unten, es muss... Äh, unten... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, lass mich doch mal kurz erklären. Ich hab hier quasi so ein, so ein Gitter, ne? Ich habe, äh, ganz links Kreis mit einem Kreuz. Und von da gehen vier Striche zu anderen Runen. Und das sind die vier Runen, die ich jetzt auswählen kann. Und je nachdem, was ich davon auswähle, äh, äh, wird das quasi dem Bild in der Mitte hinzugefügt. Also ich muss quasi das Muster, was du auf deinem roten Ding hast, auf meinem roten, mit diesen einzelnen kleinen Runen reproduzieren, wenn ich das richtig sehe. Und zwar in vier Schritten. Ich hab nämlich, unten unter sind vier Kreise, von denen der erste jetzt leuchtet. Und ich jetzt wahrscheinlich quasi den zweiten füllen muss. Das bedeutet, ich habe jetzt zur Auswahl entweder Dreizack oder Telefonmast. Oder Telefonmast, aber statt dem zweiten geraden Strich habe ich einen Pfeil nach oben. Oder ich würde es als eine Art Stimmgabel bezeichnen. Also, äh, beziehungsweise ich habe einen Dreizack und einen Dreizack ohne die mittlere Gabel. Oder ein Telefonmast oder ein, oder Strommast von mir aus auch. Oder halt das gleiche, nur halt statt zwei parallelen Strichen ein gerader Strich und dann noch ein Pfeil nach oben. Eins von diesen vier Symbolen müsstest du in deinem Ding wiederfinden. Ein gerader Strich mit zwei Parallelen. Der da also. Gut. So, von da aus habe ich jetzt zwei Dinger zur Auswahl. Und zwar einmal ein Smiley-Mund oder, äh, ja, die gegenüberliegenden Euro-Zeichen. Das müssten ja dann, müssten dann die Euro-Zeichen sein, ne? Die hattest du mir ja schon beschrieben. Wie sieht denn der Smiley-Mund? Ist das nur ein Smiley-Mund? Ja. Ich habe im nächsten Schritt nochmal einen Smiley-Mund mit einer Nase da drin. Okay, gut. Dann, weil, ich wollte gerade sagen, also Smiley-Mund mit einer Nase passt. Dann die Euro-Zeichen bitte. Gut, und dann der Smiley-Mund mit einer Nase, ja? Ja. So, also. Das fertige Symbol ist quasi von unten nach oben, haben wir einen Kreis mit einem Kreuz drin. Ja. Da oben drauf sitzt quasi dieser Telefon-Mast mit den parallelen Dings. Ja. Und an diesem Telefon-Mast links und rechts gehen die Euro-Zeichen raus. Und, äh, oben sitzt der Smiley-Mund mit dem Strich in der Mitte. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt das Blaue. Ja. Ich mag übrigens die Musik. Gefällt mir. Ja. So, hier ist mein Anfangszeichen. Muss ich noch rüberlaufen. Was? Muss erst noch rüberlaufen, warte. Ja, ja. Hier ist mein Anfangszeichen, ist ein, äh, gerader Strich, der, äh, links und rechts sich quasi so ein kleines bisschen abknickt. Links nach oben, rechts nach unten. Ja, okay. Dann weiß ich, wo wir sind. Weiter. Das ist mein Anfangszeichen. Und dann habe ich jetzt die Auswahl zwischen, äh, einem Smiley-Mund mit Dreiecksaugen oder einem Angelhaken oder einem Angelhaken mit einem Euro vorne dran oder einem Angelhaken mit einem, äh, Kreis vorne dran. Also, der Smiley-Mund hat was nochmal? Dreiecksaugen. Ich habe im nächsten Schritt auch noch einen Smiley-Mund mit, äh, Kreisaugen. Nein, also. Und einen Angelhaken hast du. Drei, drei Angelhaken habe ich zur Auswahl. Da ist einmal vorne ein Euro dran, einmal ein Dreieck und einmal ein Kreis. Also, ich habe hier einen Smiley-Mund, also, jetzt lass mich erst ausreden. Angelhaken passt, der muss nach unten. Ja. Smiley-Mund mit Dreiecksaugen wäre bei mir oben. Aber in diesem Smiley mit den Dreiecksaugen ist nochmal quasi ein Lollipop mit einem Punkt in der Mitte. Das ist der letzte Schritt dann. Da habe ich drei Lollipops zur Auswahl. Äh, Smiley-Mund. Also, du sagst mir, ich brauche, welcher, welcher Angelhaken? Fangen wir mal damit an. Welcher Angelhaken? Mit einem Dreieck, alles Dreiecke. Alles Dreiecke. Außer der Lollipop, das ist ein Kreis. Äh, äh, der Punkt ausgefüllt? Ja. Okay. Hab's. Das Oktagramm hat gerade gebrannt. So, die Tür ist aber noch nicht offen. Das heißt, irgendwas müssen wir noch machen. Hm, bei mir sind jetzt hier Symbole. Ja, wenn ich im Oktagramm stehe, habe ich rings, äh, im, im, im Kreis um mich drum, der quasi dieses, dieses Oktagramm einfasst, habe ich, äh, Schalter, die ich drücken kann. Da sind... Symbole drauf, die ich aber nicht alle komplett erkennen kann. Ist das bei dir, äh, kreisförmig angeordnet irgendwie, oder irgendwas, das ich das vielleicht nachvollziehen kann? Also, ich bin hier jetzt zwar, äh, quasi, äh, Oktagramm mäßig, kreisförmig rundherum sind die Dinger. Und ich habe, äh, es ist aufgemalt. Ein, ein, ein großes Symbol quasi auf dem Boden, was... Also, sie sind linienförmig verbunden. Und ich habe zwei Punkte, die der Anfang sein könnten. Leuchtet bei dir irgendwas, was sagt, was der Anfang sein kann? Nein. Das ist jetzt ziemlich doof. Weil ich kann jetzt nicht genau deuten, wo mein Anfang ist. Vielleicht ist es auch egal, wo der Anfang ist. Hm, okay. Dann bitte ein Auge mit einem langen Strich durch. Ein Auge mit einem langen Strich durch. Ja, mein Problem ist, dass ich nicht alle Symbole genau erkennen kann. Es ist ja dunkel hier. Aber ich glaube, Auge mit einem langen Strich durch ist das hier. Äh, nee, das hier. Weil ich kann nicht mit dir... Ja, okay. Das Auge leuchtet. Dann? Dann ein X mit zwei Pfeilspitzen links und rechts. An den X dran. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann es halt teilweise echt nicht erkennen. Ein X, sagst du? Äh, äh, ähm... Ein X mit einer Brille quasi? Ja. Also das da. Du könntest es quasi in der Mitte teilen und hättest dann zwei identische Hälften, die einfach nur spiegelverkehrt sind, richtig? Ja. Gut, dann habe ich das Richtige gedrückt. So, next. Eine Schleife. Oder auf der Reite liegenden Sanduhr. Mir egal, wie du das haben möchtest. Das könnte das hier sein. Ja, okay. Hast du? Ja. Ähm... Ein Blitz mit... einem Lichtkranz oben drüber. So, kurz gucken, ob ich noch mehr Blitze habe. Aber ich glaube, ich habe nur den einen. Ja. Äh, dann zu einem nach unten schwimmenden Fisch. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Das kann ja eigentlich nur der hier sein. Ja. Also der liegt mir direkt neben... Ja, ja, ich habe schon. Weiter. Äh, zwei X übereinander gestapelt. Das Problem ist halt, dass es teilweise ist der Raum so dunkel, dass ich das Symbol nicht sehen kann auf dem... Ich muss ja mal mit Ausschluss verfahren. Okay, der ist es nicht, der ist es nicht. Dann muss es ja der sein. So. Hast du? Ja. Ähm... Ich überlege gerade, wie ich das nennen soll. Ähm... Soweit ich das sehe, sind nur noch zwei Symbole übrig. Aufgeklapptes Buch, würde ich das jetzt mal nennen. Es ist nicht das große X, richtig? Es ist nicht das große X, nein. Dann muss es ja das andere sein, weil es sind ja nur noch zwei über. Aufgeklapptes Buch-Ding, würde ich das nennen. So, und dann das X als letztes, ja? Und das X als letztes, ja. Okay. Got it. Got it. Tür ist offen. Welche Tür? Wo denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie dein Raum aufgebaut ist. Meine Tür ist offen. Ähm... Ich habe hier... Ich komme in ein Treppenhaus. So ein rundes Treppen... So ein runder Treppenaufgang. Unter der Treppe ist wieder ein Buch. Und daneben ein Schalter. Ich gehe aber, bevor ich das Buch lese, erstmal die Treppe rauf und gucke, was da oben noch ist. So, auf halber Höhe ist ein Tor aus Sperren, das mir den Weg versperrt. Und rechts daneben sind so ein paar Dinger an die Wand geschraubt. Wovor hast du dich gerade erschreckt? Ich habe den offenen Raum gefunden und bin reingegangen und die Tür ist zugegangen hinter mir. Und mein Hund hat gebildet. Oh, verdammt. Es ist auf Zeit. Ich hätte die Treppe nicht hochgehen sollen. Ich werde gleich sterben. Hast du irgendwas, mit dem du interagieren kannst? Mit Dreiecken und Vier Ecken und Fünf Ecken zufällig? Ich habe Würfel. Du hast Würfel. Ich brauche mehr Informationen, mir läuft die Zeit davon. Ich habe ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Würfel und ein Ding in der Mitte. Wie sehen die Würfel aus? Mit Symbolen drauf. Ja, was für Symbole? Verschiedene. Steuerraten, Dreieck. Hast du ein Dreieck, das umgeben ist von einem Kompass, zwei Fünfecken und einem Viereck? Ja. Und direkt gegenüber ist noch ein Dreieck. Es muss noch ein Dreieck sein. Ja, habe ich. Ja, dann mach damit mal irgendwas. Den kann ich in der Hand nehmen. Den kann ich in der Mitte stellen. Uiuiuiui. Ihr habt mich in der Mitte gestellt. War das jetzt gut? Ich habe keine Ahnung. Hier ist, äh, ich glaube ich habe nicht mehr viel Zeit. So, was jetzt, was hast du noch? Hast du noch irgendwas? Nein. Kann sein, dass das der falsche Würfel war. Gibt es mehr Würfel, die dazu passen? Okay, ich glaube ich bin tot. Ich habe jetzt noch eine Stufe, auf der ich stehen kann. Und die fährt gerade in die Wand. Ich stürze jetzt in die Lava. Tschüss. What the fuck ist da gerade passiert? Also als ich diese Wendeltreppe hochgegangen bin, fing die, äh, Retry vom Checkpoint, bitte? Ja, können wir erstmal kurz sprechen, bevor... Gut, als ich diese Wendeltreppe hochgegangen bin, ich wollte ja eigentlich nur oben gucken und dann nochmal wieder runter zu dem Buch, ne? Und dann bin ich an dieses Tor gekommen, habe gesehen, okay, da ist dieser, inzwischen weiß ich, es ist ein aufgeklappter Würfel, den ich dir dann quasi durchgeben muss, damit du den richtigen Würfel finden kannst, ne? Und dann habe ich gesagt, gut, dann gehst du erstmal runter und liest das Buch. Und dann habe ich gesehen, dass hinter mir die Stufen eine nach der anderen in der Wand verschwunden sind und darunter war halt ein Lava-Becken. Und als du gesagt hast, ich habe den Würfel in die Mitte gestellt, sind fünf oder sechs Stufen auf einmal in der Wand verschwunden. Und dann hast du nochmal irgendwas gemacht, nachdem ich gefragt habe, ob das der richtige Würfel war oder ob es vielleicht noch Alternativen gibt. Und da sind nochmal fünf oder sechs Stufen verschwunden und dann hatte ich original noch eine. Und dann war ich tot. Ja, weil das ist wieder ein anderer Falscher. Du musst mir auch Farben durchgeben. Okay, das sind Informationen, die ich nicht hatte, dass du Farben brauchst. Du fragst mich was mit dem Würfel und der braucht das und das und das. Sag doch einfach, dass der auch Farben ist. Keine Ahnung, was ich... Hab bei dir, du bist dann auch immer so panisch, du kannst bei uns gar nicht reden. Aber Schätzelein, woher soll ich denn wissen, dass deine Würfel unterschiedliche Farben haben, wenn du mir das nicht sagst? Weil ich das auch... Ich konnte ja gar nicht so schnell gucken, wie du von mir eine Antwort gefordert hast. Schätzelein. Sorry, ich werde dann... Wenn der Tod droht, dann werde ich vielleicht etwas panisch. Kommunikation des Trümpfs übrigens. Ja, aber man muss aber mit auf der Bühne anschnauen. So, jetzt gucke ich mir erst mal dieses scheiß Buch an hier. Und ich gucke, was ich mit diesem Hebel hier machen kann. Ich wollte nur sagen, meine Tür ist wieder zu.